Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 467. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Marvin. Der Mann mit den drei Bildschirmen, mittlerweile reicht mir einer nicht, wenn ich drei Bildschirme vor mir freue. Ich freue mich aber, dass ich euch auf die Ohren habe. Genau, ist damit der Mann, der mehr Bildschirme hat als die Eintracht Stürmer, aber mal sehen. Dann mit dabei Frau Patricia. Hallo. Und der Duke. Ja, Servus, hallo. Auch klassisch mit nur einem Bildschirm, also ja, ob es was bringt, mal sehen, ja. Ja, mal gucken, ob du damit besser performst. Solange ich nicht mehrere Spiele vom Wochenende, da kommen wir ja gleich noch zu, gucken muss. Deshalb bin ich mit allem zufrieden. Alles gut. Die Frage, wie viele Eintracht-Spiele man so sehen will und was das kostet, die haben wir ja schon mal ausführlich diskutiert. Bevor wir natürlich jetzt gleich dazu kommen, über dieses gar wunderbare Spiel gegen den VfL Wolfsburg vom vergangenen Samstag zu sprechen, müssen wir erstmal Danke sagen und zwar Danke für die Unterstützung, die ihr da draußen uns entgegenbringt. Und diese Woche geht ein gigantischer Dank, stellvertretend an den Jens und an den Walter. Die kamen nämlich beide mit mittel- bis ganz großen Sonderspenden die letzte Woche um die Ecke, worüber wir uns wahnsinnig gefreut haben. Und vielen Dank für deine liebe Nachricht, Walter. Um den März brauchen wir uns definitiv keine Sorgen mehr zu machen, glaube ich. Kranker Scheiß, geiler Scheiß. Vielen Dank. Ja, war schon fast obszön, muss man sagen. Ja, sehr gerne, sehr gerne so weiter. Ja, aber wir haben uns riesig gefreut und finden es nach wie vor toll, dass ihr da draußen im fast zwölften Jahr uns hier so viel Unterstützung entgegenbringt, damit wir uns auch hier mit den Highlight-Spielen der Eintracht Woche für Woche auseinandersetzen können. So, dann würde ich sagen, steigen wir da schon direkt mit dem Highlight-Spiel an. Im Vorfeld des Spiels, als die Aufstellung bekannt gegeben wurde, hieß es, Kostic bleibt erstmal auf der Bank, weil also 80 Prozent Kostic reichen noch nicht aus. Nach den, in Summe waren es glaube ich fast 96 Minuten, die du da am Wochenende gesehen hast, Patricia, teilst du diese Meinung, dass 80 Prozent Kostic da nicht gereicht hätten? Äh, schwierig. Ich fand das wieder insgesamt, ähm, ja, bemerkenswert schlecht, würde ich jetzt gerade mal so sagen. Also, ich glaube, ein Kostic hätte geholfen, ja. Ähm, wenn der Trainer sagt, das reicht nicht, oder vielleicht auch der Spieler sagt, ich schaffe 90 Minuten nicht, gut, dann ist das so. Ähm, aber das war alles in allem wirklich, ja, dünn, würde ich sagen. Vor allem in der Offensive, aber auch in der Defensive. Oliver Glasner hat es, glaube ich, nach dem Spiel ganz schön beschrieben. Das hat es für mich auch komplett getroffen. Ähm, wenn man die schlechtere Mannschaft in den Strafräumen ist, gewinnt man das Spiel halt nicht. Egal, wie überlegend du dazwischen bist. Und genau so hat es sich angefühlt. Also, ich fand, die Eintracht war die dominierende Mannschaft über weite Strecken im Mittelfeld, hat es aber überhaupt nicht geschafft, irgendwie Zugriff in den Strafräumen zu bekommen. Also, weder defensiv sicherzustehen, noch offensiv für Gefahr zu sorgen. Und dann hat Olli Glasner wohl recht. Da verliert man das Ding dann halt leider. Hm. Quizfrage. Wisst ihr, wie oft die Eintracht auf das gegnerische Tor geschossen hat in dem Spiel? Offiziell waren es 12 oder 13. Und, aber so wirklich das Tor gefährlich bespielt, würde ich ganz ehrlich sagen, null. Na, Jakic, die Eintracht, oder? Ich wollte gerade sagen, ich glaube ganz ehrlich, Jakic hat Ben dann auch die meisten Torschüsse gehabt, oder nicht? Also, der hat schon das eine oder andere mal versucht, zumindest aufs Tor zu schießen. Ich weiß gar nicht, ob es Torschüsse oder dann nur Schüsse sind, weil es daneben ging. Das waren nur Schüsse. Also, exakt auf das Tor, also das, was man so im engsten Rahmen sieht, drei. Oh, drei, immerhin. Wisst ihr, wann der letzte Schuss auf das Tor war in dem Spiel? Boah, von uns. Also, wahrscheinlich noch in der ersten Halbzeit, wenn sich das angefühlt hat. Ja, das ist schon mal korrekt. Ja, das ist wirklich so. In der 40. Minute. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hat Lindström das letzte Mal offiziell laut der Wertung aufs Tor geschossen. War das dieses, wo er hätte abspielen können, oder war das ein anderes? Ja, ah ja, ja. Eine richtig gute Chance tatsächlich. Aber das akzentuiert natürlich komplett die Probleme, die wir an diesem Tag haben und gehabt haben. Wie heftig es war. Patrizia hat es ja schon wunderbar zusammengefasst. Eigentlich können wir jetzt die Sendung hier schön dazu machen. Wir haben doch andere Themen. Keine Angst. Ja, im Endeffekt Käse gegessen. Aber es ist halt echt. Und das muss man, ganz ehrlich, auch öfter über diesen Podcast hier jetzt auch wieder mit Kollegen gesprochen. Kolleginnen, wie lang es diesen hier schon gibt. Und wir sind ja manchmal kritisch und wir versuchen auch manchmal auch abwägend zu sein. Aber es gibt keine positiven Kommentare an diesem Tag über die Offensive. Das geht einfach nicht. Ja, es war echt traurig. Also ich glaube, dass, wie du schon gesagt hast, Patrizia und auch natürlich unser Cheftrainer Olli Glasner hat das sehr gut zusammengefasst. Wir waren im Mittelfeld stark und wir haben da auch echt versucht, spielerisch das eine oder andere zu lösen. Aber wir haben es halt an dem Tag nicht auf die Straße gebracht und hatten natürlich auch einen Gegner, der spätestens ab dem Zeitpunkt dieses Elfmeters, wo wir gleich nochmal kurz drüber reden können, ob das tatsächlich jetzt aus eurer Sicht ein Elfmeter war oder nicht, auch für mich wahrnehmen, nicht mehr daran interessiert war, dieses Spiel ehrwürdig zu Ende zu bringen, sondern es tatsächlich einfach nur mit konsequentem Zeitspiel und Entnerven versucht hat. Und wir haben uns auf dieses Spiel auch tatsächlich komplett eingelassen, meiner Meinung nach. Ja, sprichst du sehr viel Richtiges an. Ich muss sagen, für mich war das vom Spielverlauf ein klassisches 0-0. Wolfsburg ist eine Scheißmannschaft, das merkst du auch. Die haben natürlich ein paar mehr Chancen sich dann nochmal generiert, aber die Tore, die sie da bekommen haben, der Elfmeter, also da können wir gleich nochmal im Detail drüber sprechen, aber wenn der Schiedsrichter anzeigt, ist es für ihn kein Strafstoß, sondern Freistoß. Und dann muss erst, obwohl Mercedes mal eine Lupe drauflegen kann und sieht immer noch nicht so genau, was los ist, das dann zu revidieren und daraus ein Elfmeter zu machen, ist eine absolute Frechheit, hat das ganze Spiel nochmal weiter für uns gekillt, aber normalerweise ist das ein 0-0. Hätte ich schon gekotzt, dass wir jetzt 2-0 verloren haben, ist noch beschissener. Dazu kommt dann auch noch die Situation, dass du hier diesen Griff ins, wir haben die letzte Woche noch drüber gesprochen, haben gesagt, ah, jetzt wird jemand gebraucht wie Hindi und Hindi verformt dann. Dass er natürlich dann auch so einen rabenschwarzen Tag hat und das waren nicht nur diese zwei Szenen, sondern da waren ja mehr dabei, wo man sagt, ei, 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 das ist natürlich hart und diese Einzelkritiker haben ja gesagt, machen wir nicht. Dementsprechend kann man da schon sagen, der Rest der Mannschaft hat auch dann Hindi an der Stelle nicht unterstützt oder so unterstützt, dass eben es wenig aufgefallen ist. Denn auch wenn Wolfsburg wenig gemacht hat, waren trotzdem Szenen dabei, wenn du da jemanden hast, der bissig oder voll im Lauf ist, eine Mannschaft, Wolfsburg steht ja nicht umsonst da unten, die haben auch Probleme. Dementsprechend war das teilweise dann auch Glück, dass sie aus ihren Chancen viel zu wenig gemacht haben. Und dann muss man jetzt zusammenfassend sagen, viel zu wenig für die Eintracht. Und erklären kann ich es mir tatsächlich auch nur an der Stelle, was ihr auch schon gesagt habt, die Mannschaft hat an sich Probleme gehabt, diese Überlegenheit im Mittelfeld auch in die entscheidenden Räume zu bringen. Und ist das vielleicht ein Problem von der Entfernung der Ketten? Ist das System hier problematisch momentan? Muss da was passieren? Da werden wir sicherlich gleich nochmal ein bisschen beleuchten. Aber ja, einfach ein total gegessener und zum Abhaken Tag gewesen. Also grauenvoll, grauenvoll. Ich finde es aber ganz gut, was du gerade gesagt hast, dass es normalerweise nur ein Nullspiel gewesen wäre. Ja, definitiv. Hätte man ja genau so auch sagen können. Das ist ein Nullspiel, keine Mannschaft hat jetzt groß offensive Akzente. Und das Spiel, was am Anfang bei der Eintracht ja auch besser war, das will ich auch nochmal sagen, vor dem Gegentor, beziehungsweise vor dem Elfmeter, fand ich, war die Eintracht so auf dem Feld dominanter. Aber dann muss man schon sagen, wir haben halt keine Torschüsse gehabt. Und richtig krasse Torchancen hat sich auch Wolfsburg nicht erarbeitet. Ich will das übrigens auch im Kontext setzen. Das kann ich übrigens auch nachvollziehen, dass die, die aus, natürlich haben die gegen Fürth gewonnen, aber natürlich haben die doch kein riesiges Vertrauen haben können nach dieser Niederlagenserie, die die davor eingestückt haben und einem System, bei dem man sagen muss, ja, Kohfeldt probiert, aber das ist ja auch noch nicht alles wunderbar glänzend. Aber trotzdem ist es ja klar, dass sie dementsprechend halt auch natürlich ein bisschen für unsichert sind und dass die da nicht so viele Offensivaktionen haben. Das Problem war halt, uns ist auch gar nichts eingefallen. Und die Schnelligkeit, die die einzelnen Spieler normalerweise mitbringen, wenn wir uns den Lindström angucken, und das hat er ja auch gezeigt, für mich trotzdem, super Spiel gemacht, Lindström, man mag unterschiedlich über ihn sprechen können. Ich finde, er bleibt weiter auf einem guten Niveau und da habe ich sehr viel Gutes gesehen. Aber diese Schnelligkeit, die möglich und notwendig ist, um Wolfsburg zu bespielen und dann in die Räume zu kommen, Dennis, das hast du eben schon schön illustriert, standen wir vielleicht auch nicht richtig. Natürlich, da muss ich sagen, das war eins zu wenig, zwei zu wenig sogar, um dann irgendwie gefährlich vor das Tor zu kommen. Du hast gemerkt, diese kurzen Situationen, als Kostic dann reinkam, da war dann plötzlich was möglich. Da hat er mal so ein bisschen schnell gearbeitet, immer wenn es schnell wurde, immer wenn jetzt beispielsweise auch ein Lindström schnell die Pässe verteilt hat beziehungsweise auch bekommen hat, mal auch so die ein, zwei Szenen über Seoul, dann war es plötzlich gefährlich. Aber wenn du die Flanken spielst, der Frankfurter Eintracht, das geht halt so nicht. Da sind die Flanken von beiden Seiten, sowohl von Lenz als auch von Da Costa, einfach nicht ausreichend. Ja, man muss halt auch dazu sagen, du hast ja, ich finde das gerade eben schon richtig betont, Geschwindigkeit ist das, was uns so ein bisschen an diesem Tag gefehlt hat und einfach auch mal diese schnellen Passstaffetten, um da in diese Räume reinzukommen, weil so wie wir das gespielt haben, auch wenn ein Lindström schnell ist, aber dann hast du halt auf der Gegenseite in der Wolfsburger Abwehr so einen abgewichsten Brookster stehen, der halt einfach dann im Zweifelsfall, und das konnte er ja bei der Linie des Schiedsrichters, wo wir vielleicht auch nochmal drüber reden müssen, auch machen, dann halt einfach mal sich in den Raum gestellt hat und dann läuft halt so ein Lindström da auf. Was willst du denn machen, wenn da auf einmal so ein Zwei-Meter-Typ vor dir steht? Da hast du ja gar keine Chance. Also da waren wir halt auch an der Stelle einfach nicht clever genug und haben uns davon halt, wie ich finde, konsequent entnerven lassen über die 90 Minuten. Und ich finde es gut, dass Marvin das angesprochen hat, dass das eigentlich auch legitim ist, dass Wolfsburg so gemacht hat, wie sie es eben gemacht haben. Das ist auch eine verunsicherte Mannschaft. Ich finde, das hat man in der Anfangsphase extrem gesehen. Nicht nur, dass sie sich keine Chancen rausspielen, sondern auch in der Abwehr, also was für Ballverluste, die in der eigenen Hälfte hatten. Ich glaube, ich hatte sogar noch getwittert, ich bete, dass die Eintracht das irgendwie ausnutzt jetzt, weil es halt nicht passiert. Aber das waren halt wirklich schon fast Geschenke. Also es gab halt so viele Möglichkeiten, da irgendwie in Führung zu gehen, auch recht früh in Führung zu gehen. Das war auch mitunter die beste Phase der Eintracht zu Beginn des Spiels, bis dann dieser Elfmeter aufkam. Aber ja, also völlig legitim, dass du halt ein Spiel, das ist nicht schön und es macht auch als Zuschauer keinen Spaß und erst recht nicht als Gegner. Aber wenn du halt da unten drin hängst, wie das Wolfsburg ja tat oder immer noch tut, die sind jetzt aktuell zwölf da, aber dank dieser drei Punkte halt, ja, dann spielst du halt so ein dreckiges Spiel und dann versuchst du das wahrscheinlich auch über Zeitspiel und irgendwelche, dich die ganze Zeit auf den Boden zu legen und so weiter und so fort. Das ist ätzend, aber man kennt's. Und das Problem sehe ich da dann eher bei der Eintracht, dass man sich da, wie du, René, richtig gesagt hast, entnerven lassen hat davon. Also das passiert ja immer wieder, dass die Eintracht da gegen irgendwie nichts findet, dass sie eigentlich recht frisch startet und je länger so eine Partie geht und so, je ekliger der Gegner wird. Also ich finde auch, Wolfsburg ist ja hinten raus, als es dann mit dem Zeitspiel begonnen hat. Es wurde immer, immer unschöner, das Spiel. Da wurde die Eintracht auch immer, immer schlechter. Und wie ihr schon gesagt habt, der letzte Torschuss dann in der 40. Minute und seitdem kam dann auch nichts mehr. Und das ist dann aber auch die Schuld der Eintracht, dass man da keine Lösungen dagegen findet, weil eben ein Großteil der Mannschaften diese Mittel anwendet, weil sich eigentlich kaum eine Mannschaft in der Liga sicher ist irgendwie. Ja, wir stehen da jetzt oben drin und wir rutschen auch nicht mehr ab. Und ich glaube, das ist so ein Hauptproblem. Ja, und das, was du sagst, die allerwenigsten Mannschaften in dieser Liga machen selbst das Spiel oder können das Spiel überhaupt machen. Zerstören ist natürlich eine gute Taktik. Und wie gesagt, bei Wolfsburg, da waren die Rahmenbedingungen, selbst bei Stuttgart, die haben ein bisschen versucht, mehr mitzuspielen, haben unfassbar viele Fehlpässe gespielt. Die Fehlpässe, die wir in Stuttgart gesehen haben, haben sich wiederholt gegen den Vf. Bei Wolfsburg, gegen Wolfsburg, das hast du auch erneut gemerkt. Okay, auch da sind die verunsichert. Und die Eintracht muss sich halt an die eigene Nase fassen, über die komplette Distanz nicht Lösungen gefunden zu haben. Und das irritiert mich natürlich, dass selbst die Wechsel, die dann kamen, auch verpufft sind. Ein Patienz sogar kaum gesehen, auch ein Holger nicht wirklich in Erscheinung getreten, ein Rustic im Vergleich zu der letzten Woche, wo er reinkam und für den großen Unterschied gesorgt hat, hier nicht präsent. Also auch von der Taktik, und das muss sich natürlich auch ein Glasner anrechnen lassen und ankreiden lassen, dass er die Mannschaft dann in diesem Moment auch nicht mehr so hat einstellen können, dass sie einen Unterschied macht. Und dann ist das halt das Problem, dass du direkt nach dem Gegentor, direkt nach dem Elfmeter, habe ich eigentlich nicht mehr das Gefühl gehabt, dass die Eintracht hier noch was drehen kann. Und das ist bitter. Wenn du eigentlich weißt, okay, wer das erste Tor macht, der gewinnt das Ding, da passiert sonst nichts mehr. Und das war halt leider genau so. Ich kann das komplett nachvollziehen. Ich hatte das Gefühl auch. Ja, und da musst du auch sagen, die Wechsel, also ich habe zumindest da gesessen und mit den Hufen gescharrt und habe gedacht, es wird schon in der Halbzeit was gewechselt. Weil du hast das richtig angesprochen. Der Elfmeter war, was war das, so 30. Minute? Ich schaue gerade mal 28. Minute. Ab da war im Endeffekt ja wirklich schon, da hat es ja schon geeiert. Da habe ich schon gedacht, in der Halbzeit wird der sicherlich gewechselt. Hat es ja gedauert bis 62. Minute, dass Kostic kommt. Dann 70. Paciencia und Knauf. Ich darf eher an der Stelle sagen, Knauf, ordentlich, was er gezeigt hat, zumindest zeitweise, dieses Tempo, was wir ja eigentlich sehen wollen, hat er schon mal auf die gebracht. Und auch diese ein bisschen direkte Pässe zu spielen oder zwei, drei Flanken waren auch dabei, sage ich sogar, ist in Ordnung. Nach hinten, ja, ein bisschen schwierig. Aber dann in der 85. Minute kamen dann erst Rustic und auch Heuge. Das ist natürlich schon auch arg spät. Das ist, ich weiß nicht, warum es so gemacht wurde. Vielleicht hast du im Endeffekt auf einen Lucky Punch zum 1-1 irgendwie trotzdem noch gehofft mit dem Personal, was du da hast. Schwierig. Finde ich, Marvin, du hast richtig gesagt, Klaasner war an dem Tag sicherlich nicht mehr der Matchchanger oder der Taktik-Fuchs, was wir uns da manchmal doch schon erhofft haben oder was er auch schon gezeigt hat, indem er gut eingewechselt hat. Diesmal hat es irgendwie nicht funktioniert. Es kam ja auch alles zu spät. Und mit der Grundeinstellung, wenn man jetzt, man soll ja nie punktuell und jetzt war mal ein Spiel und jetzt alles umzuändern. Aber wenn ich mir das punktuell anschaue, diese Mannschaft, die da gespielt hat, muss ich tatsächlich sagen, in Bezug auf das nächste Spiel kann es Sinn machen, hier mit Viererkette und links sozusagen wieder Kostic und rechts dann mal mit Knauf zu spielen. Kann man gleich noch spielen. Wäre für mich sicherlich was, was man dann hier mal anstreben könnte. Obwohl ich weiß, es ist immer schwierig hier zu sagen, ein Spiel jetzt mal ist es total in die Hose gegangen an vielen Stellen. ist natürlich kompliziert. Aber wie gesagt, also hat mir auch wirklich von den Wechseln her, kam mir einfach auch viel zu wenig Schwung dann damit rein. Bin ich voll bei euch. Schade, schade. Weil auch Paciencia auch vorne, er hat ja, man kann jetzt nicht mal sagen, Glasner hat nicht nochmal was versucht, aber es kam halt einfach gar nicht an. Aber genau das, selbst das, also selbst Paciencia ist drin ab der 70. Minute. Wir haben gesehen, dass ja ein Kostic in der 62. schon kam, die Möglichkeit, die wir ja sonst kennen. Wir kennen ja dieses Spiel Kostic auf Paciencia, da gibt es dann Möglichkeiten. Selbst da war nichts da. Ja, die Flanken für Kostic standen viel zu ungenau. Wie gesagt, auch hier viel zu langsam, du hast den falschen Weg gewählt. Was mich dann noch ärgert, wenn ich weiß, dass es in einem Spiel nicht wirklich viel geht, dann muss ich meine Standardsituation besser ausnutzen. Und auch das hat die Eintracht mit zehn Ecken leider überhaupt nicht hinbekommen. Da war keine einzige gefährlich von. Das ist totaler Wahnsinn, ja. Ecken, Freistöße. Das Spiel und auch die Leistung des Schiedsrichters hätte es ja angeboten, dann vielleicht auch mal so einen Freistoß da irgendwie rauszuholen in der guten Position. Und wenn du dann einen Kostic dann da hast, dann mal so ein Ding gefährlich irgendwie aufs Tor zu bringen. Da waren wir dann auch im Vergleich zu unserem Gegner dann auch ein Stück weit einfach nicht kaltschnäuzig genug. Finde ich einen interessanten Punkt. Die Giftigkeit will ich den ganzen Spielern ja gar nicht absprechen. Aber so ein bisschen kaltschnäuzig, mal so ein bisschen, ja keine Ahnung, ein bisschen gewiefter sein. Weil wir haben natürlich gemerkt, dass die Wolfsburger nach dem Führungstreffer eigentlich nur darauf gespielt haben, dieses Spiel weiter zu zerstören. Der Schiedsrichter hat es ihnen auch leicht gemacht, weil er im Verlauf der Partie seine Richtung geändert hat. Weil die ersten 20, 30 Minuten waren er komplett laissez-faire. Er hat sehr viel laufen lassen. Auch überhaupt gar nicht auf Foul entschieden, sondern weiterspielen und hat danach erst entschieden. Und mit dem Elfmeter kam der Wechsel. Und mit dem Elfmeter kam nicht nur der Wechsel, sondern auch die Zerstörung des Spiels hinzu. Und die Wolfsburger, allen voran ein Wind, haben das komplett ausgenutzt und haben sich eher in liegender Position befunden als entstehender. Und Wind wurde ja danach auch beklatscht von Florian Kohfeldt, hat in diesem Abend alles richtig gemacht. Maxi Arnold ist dann genau der richtige Spieler, der dann auch diese Giftigkeit noch mit reinbringt. Und Kruse ist halt auch ein großer Schauspieler. Das ist gar nicht böse gemeint, dass jeder arbeitet halt so, wie es sein muss. Aber die Eintracht hat auch da halt keine Lösung gefunden. Ja, also fandst du wirklich, er hat seine Linie geändert? Ich fand, er hat den Punkt, wo er es hätte effektiv tun können, komplett verpasst. Also wie gesagt, das war so, wie ich es gesehen habe am Spiel. Und da ist mir schon aufgefallen, dass mehrere Szenen so waren, dass er mehr hat laufen lassen. Da war nämlich davor auch schon ein Kruse, der hingefallen ist, wo es dann keinen Foul gab. Also es gab schon diese Situation. Das war aber zumindest meine Perspektive. Vielleicht die Leute, die uns jetzt gerade zuhören, vielleicht haben die auch eine andere Perspektive. Dann schreibt es uns mal. Kann durchaus sein, dass ich falsch liege. Mir ist es nur so aufgefallen. Ich hatte das auch so in etwa in Erinnerung. Also vor allem am Anfang bis, ja auch so bis zum Elfmeter würde ich jetzt schätzen. Kann ich jetzt nicht mehr genau sagen, aber ich hatte auch das Gefühl, zumindest am Anfang des Spiels hat er eine großzügigere Auslegung, sag ich mal so. Ja, okay. Wird schon, wenn ihr das mehrheitlich so seht, dann habe ich da vielleicht dann auch einfach im Zuge meiner Frustration auf der heimischen Couch das dann nicht mehr so ganz wahrgenommen. Generell war es halt einfach ein total fahriges Spiel. Richtig, aber selbst damit muss die Eintracht in der besten Situation besser klarkommen, Dennis, oder? Ja, auf jeden Fall. Man muss sagen, der Schiedsrichter hatte definitiv nicht seinen besten Tag. Und man kann auch darüber streiten, ja, war es im Endeffekt schädlich für uns. Muss uns aber, Marvin, da bin ich genau bei dir. Das muss uns eigentlich egal sein, wenn du deine Chancen ausspielst. Und jetzt sind wir ja sogar dazu gekommen, wir haben gesagt, wir hatten drei Schüsse aufs Tor oder sowas. Davon waren Szenen dabei, wo ich sage, klar, das Jakic-Ding kann reingehen, wenn er ein bisschen noch, mit ein bisschen mehr Glück. Bei der Situation mit Lindström vorne, wenn er da ablegt, ich glaube, Boré steht wirklich sehr, sehr gut. Boré läuft rein, Jakic steht quasi schon komplett frei und abschussbereit, so etwa in Höhe des Elfmeterpunkts. Und da war auch Luft, also er hätte den Ball auch echt gut rüberspielen können. Ja, er hat nicht mehr hochgeguckt, glaube ich, bin ich die Szene. Das ist natürlich dann ärgerlich, aber so hast du dann natürlich, da kann der Schiedsrichter so beschissen sein, wie er will. Und das Spiel kann sonst so mistig laufen wie sonst was. Dann kannst du das Spiel auch noch gewinnen. Das sind so Punkte. Das ändert ja dann auch die ganze Spieldynamik. Wir haben darüber gesprochen. Wolfsburg hat es natürlich dann noch in Anführungszeichen schlau gemacht, hat das Spiel nur noch kaputt gemacht. Also, ob das dann bei, wenn wir den Treffer noch gemacht hätten, dann noch so gelaufen wäre, keine Ahnung, glaube ich nicht. Aber gut, jetzt sind wir am Ende, müssen wir wieder sagen, müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Denn es war einfach über die weite Strecken, war es einfach viel zu wenig, was gezeigt wurde. Und ja, die Lösungsvorschläge, wie gesagt, da können wir ja jetzt, wenn wir dann zum nächsten Spiel switchen sollten, ja nochmal darüber sprechen, was uns da so einfällt. Und hoffen wir auch, dass Glasner gute Ideen hat. Denn es muss sich was tun. Mit dem, was wir da gesehen haben, gewinnen wir auch die nächsten Spiele, denke ich, nicht. Ja, und das ist das, was mich jetzt so im Nachhinein mal abgesehen, dass Niederlagen gegen Wolfsburg halt immer maximal entnervend sind. Wenn man sieht, im Vergleich zu den Spielen vorher, wo wir ja auch schon mal in Rückstand gelegen haben etc., wo du aber einfach gesehen hast, dass die Mannschaft weiterhin daran arbeitet, weiterhin an sich glaubt und eben nicht komplett zerfällt, wo wir das ja auch schon durchaus gelobt haben, finde ich, in dem Spiel hast du halt das krasse Gegenteil gesehen und festgestellt, wie wir da irgendwie überhaupt nicht mehr zueinander gefunden haben. Und ich hoffe tatsächlich, dass das einfach nur jetzt so eine Momentaufnahme war. Weil ansonsten wird es doof. Aber lass uns doch vielleicht noch mal kurz über den Elfmeter sprechen. Ihr hattet es ja kurz schon angesprochen. Es gibt sehr unterschiedliche Meinungen. Also vielleicht noch einmal kurz zur Erklärung oder zur Rekapulation, falls nicht mehr genau die Szene im Kopf habt. Kruse läuft mit dem Ball von der linken Seite in den Strafraum rein, ist eigentlich schon wieder auf dem Weg nach draußen, weil er keine Anspielstation findet und sich wieder so ein bisschen mehr nach hinten orientiert. Und in dem Moment läuft Hinti in ihn rein. War dann wahrscheinlich auf der Linie. Zumindest war das dann nach meinem Verständnis die letztendliche Schlussfolgerung. Der Schiedsrichter entscheidet offensichtlich erst mal auf Freistoß, weil er sagt, war außerhalb vom Strafraum. Dann schaltet sich der Video-Assistent-Referee aus dem Kölner Keller zu und sagt, nee, war auf der Linie, ist Elfmeter. Die einen sagen, kannst du geben, weil war halt faul und war halt auf der Linie, zählt dazu. Die anderen sagen, naja, eigentlich totaler Quatsch, weil war nicht wirklich faul. Was denn so eure Meinung zu dem Elfmeter? Lieber Herr Dennis, du hattest das Thema ja schon mal angerissen. Ja, wie gesagt, ich habe mich schon genug drüber aufgeregt. Darf es jetzt nochmal machen. Wenn er faul pfeift, dann soll er faul pfeifen. Das finde ich, ist dann die Videobilder. Ich habe es nicht nochmal gesehen, wo jetzt genau. Aus dem Spiel heraus, als ich das gesehen habe und es kam fünfmal die Wiederholung, war das für mich nicht eine Szene, wo man sagt, das ist eindeutig auf der Linie oder Dings. Das ist so eine Szene, da kann ich nicht als Video-Assistent-Referee sagen, da muss ich intervenieren. Das ist eine klare Fehlentscheidung. Das war es nämlich in meinen Augen nicht. Wenn der Schiedsrichter aus der Situation heraus entscheidet, das ist für mich ein Freistoß, dann meinetwegen ist das das. Dann ist das nicht, vor allem anzugreiden, weil der Kontakt ist da, ist in Ordnung. Aber die Beobachtung im Spiel selbst war, es war außerhalb des Strafraums. Und das dann zu revidieren mit, ich ziehe eine Linie und so weiter, klar, so ist die Regelung. Es ist für mich schwierig. Ich habe die Bilder jetzt nicht nochmal gesehen. Dementsprechend, da könnt ihr vielleicht nochmal sagen, wenn einer mit gestoppt und dann nochmal eine Linie gezogen, Lupe und was weiß ich. Wenn es so ist, dann ist es Elfmeter, ist super ärgerlich. Ich könnte mich halt heute noch drüber aufregen, weil es einfach so eine unnötige Szene ist. Du hast es schon angesprochen. Gruse ist halt auch auf dem Weg raus, aus dem Strafraum schon. Es ist einfach so was von nervig und ärgert mich. Und ja, wie gesagt, mehr kann ich dazu gar nicht mehr sagen. Patricia, du hast aber sicherlich nochmal Lot und Zirkel ausgepackt und hast nochmal auf den Millimeter genau nachgemessen. Was ist denn deine Meinung? Ja, ganz bestimmt. Ich habe, ja, wie soll ich sagen, das war für mich schon faul. Also Hinti ist halt da sehr unglücklich in Gruse reingerannt. Auch relativ ungeschickt. Also ich finde, das muss er halt in erster Linie besser machen. Dass Gruse das dann annimmt und sich fallen lässt. Mein Gott, das ist ja irgendwie auch klar. Aber ich finde, es war schon, man kann schon faul pfeifen. Was mich irritiert ist halt, ich weiß immer noch nicht, ob das jetzt innerhalb des Strafraums war oder außerhalb. Und ich weiß dann auch nicht, woher weiß das der VAR? Weil hat er jetzt andere Bilder, als ich das ganze Wochenende hatte? Oder hat er auch nur diese eine Kameraeinstellung, die wir die ganze Zeit hatten? Und aus der ist es halt nicht klar ersichtlich. Weswegen ich denke, da kann er nicht sagen, hey, das war klar Elfmeter. Und wenn er das sagen kann, dann würde ich das aber gerne, das ist ja wahrscheinlich eine Diskussion, die wir schon öfter geführt haben, würde ich das gerne transparent haben und auch die Bilder haben, die der VAR hat, aus denen er entnehmen konnte, dass das jetzt im Strafraum war. Weil dann würde ich jetzt Ruhe geben und würde sagen, okay, das ist halt im Strafraum passiert, dann ist es halt wohl ein Elfmeter, dann ist es in Ordnung. Aber ja, für mich war es nicht ersichtlich und wenn ich jetzt einfach mal davon ausgehe, dass der VAR die gleichen Bilder hatte wie wir, verstehe ich auch nicht, wie er, wie Dennis gesagt hat, klar sagen kann, nee, das war innerhalb, das ist auf jeden Fall ein Elfmeter, weil kann er halt einfach nicht. Niemand hat irgendwas aus diesem Winkel sehen können. Tja, es ist frustrierend. Ich muss sagen, ich bleibe absolut dabei bei meiner Hardliner-Position und sage, das ist weiterhin kein Elfmeter, den ich geben würde. Das ist aber natürlich meine Heintracht-Brille. Aber aus den Situationen, die ich davor so gesehen habe und auch mit der Bewertung, die ich sagen muss, wo ich sagen muss, dass ein robustes Spiel, ein körperliches Spiel davor nicht immer gepfiffen wurde, sondern eher gar nicht, sehe ich das nicht als klares Foul. Ich glaube, er wollte ja auch keinen Elfmeter geben, sondern er wollte ja eigentlich nur einen Freistoß geben und das wurde ja dann auch dementsprechend auch anders gehandhabt und dann gab es ja diesen Wechsel. Das hat man deutlich gemerkt. Es ist ärgerlich, wenig stringent, aber selbst dann musst du auch dann trotzdem sagen, irgendeine Lösung muss eine Mannschaft, die vielleicht sich irgendwann in der Euroleague positionieren will und vielleicht auch dieses Jahr nochmal in die Euroleague kommen will, muss auch da dann eine Lösung finden. Weil Gegentore in welcher Art und Weise können ja immer fallen. Das ist ja der nächste Punkt. Ja. Funktioniert nicht. Und das eine hängt mit dem anderen zusammen. Ja. Also wir haben das Spiel nicht ausschließlich und alleine wegen diesem Elfmeter verloren, sondern weil uns davor oder hauptsächlich danach einfach zu wenig eingefallen ist, diese auch nicht gut spielende Wolfsburger Mannschaft dort irgendwie zu bezwingen und Tore draus zu machen. Das ist der Teil. Aber René, schlawenzel dich jetzt nicht um deine Antwort um diesen Elfmeter. Wie siehst du das? Los, erzähl. Die Regel ist, die Linie gehört zum Strafraum. Aber auch da bleibe ich ähnlich wie ihr in der Variante und sage, wenn du erst in der 42. Wiederholung nach 5 Minuten eine Kameraeinstellung gefunden hast, aus der du zu 98% davon ausgehen kannst, dass der Foul, dass das Foul auf der Strafraumlinie ist, dann bleibe ich dabei, ist das keine klare Fehlentscheidung. So, hätte der VR in der ersten Kameraeinstellung direkt gesagt, das ist ganz klar auf der Linie, fair enough. Aber wenn du da 5 Minuten draufgucken musst und dann so ein nicht 100%iges Bild findest, dann ist das für mich keine klare Fehlentscheidung und dann würde ich sagen, brauchst du auch nicht eingreifen. Punkt. Das ist es doch, wenn auch der Schiedsrichter von Anfang Elfmeter gezeigt hätte, hätte überhaupt keiner von uns gemeckert. Dieses Überstimmen ist halt schon krass. Ja, es ist schon krass. Am Ende liegt ja die letztendliche Entscheidung weiterhin bei dem Schiedsrichter. Das heißt, der VR muss ja aus einer klaren Überzeugung heraus direkt sagen, pass auf, da hast du einen Fehler gemacht. Aber wenn man sich dann so viele Bilder angucken muss, ich meine, das ist ja wie in allen Fällen, wenn ich lange genug irgendwo drauf gucke, dann finde ich immer irgendwas, was nicht passt. Aber ist es dann noch eine klare Fehlentscheidung, wenn ich da halt die 15. Analyse fahren muss? Nee. Und dann verstehe ich an der Stelle halt auch den Schiedsrichter nicht, aber das passt dann vielleicht auch einfach zu der Linie, die er an dem Tag hatte. Wenn mir einer nach drei Minuten und nach, ich habe mir jetzt 15 Wiederholungen angeguckt, dann versucht, ganz klar zu erklären, jetzt bin ich mir aber sicher, würde ich auch sagen, liebe Leute, wenn ihr es mir nicht von Anfang an sagen könnt, dann kann es so klar nicht gewesen sein. Aber da bin ich wahrscheinlich auch zu sehr Eintracht-Fan. Ja, hätte er natürlich auch tun können, dann rausgehen, angucken, weil es war ja ersichtlich, dass das keine wirklich klare Entscheidung ist, sondern man könnte so, man könnte auch so, dann geh halt noch mal raus, guck es dir noch mal an, dann ist es für mich zwar immer noch kein Elfmeter, aber dann habe ich zumindest als Fan das Gefühl, dass man versucht hat, wirklich eine vernünftige Entscheidung zu treffen. So kommt man sich wieder so ein bisschen, ja, weiß nicht, veralbert vor. Aber stimmt, was Marvin gesagt hat und wir sind uns glaube ich alle einig, wir haben nicht durch den Elfmeter das Spiel verloren und es hätte uns mehr einfallen müssen, aber es ist natürlich, also, da könnte man glaube ich jetzt noch stundenlang uns drüber aufregen. Das ist ja genau der Punkt, ich kann nicht komplett eindeutig mich nur darauf stürzen, weißt du, da schlagen so viele Herzen, in der Brust ist der falsche Ausdruck, aber da passiert so gerade viel in meinem Kopf und natürlich bin ich ärgerlich, ob das Elfmeter ist und das hat mich komplett getriggert im Stadion, auch mal schön, dass ich mal wieder zu so einer, ja, zu einem solchen Ausruf mal wieder auch fähig bin, war ja zum ersten Mal seit langer Zeit mal wieder im Stadion und hab dann auch die Hymne davor gehört und das war natürlich schon schön, aber natürlich hat mich das geärgert, aber trotzdem, ich kann es nicht oft genug sagen, passieren werden Fehler immer, auch Fehlentscheidungen, die Frage ist, wie kannst du dir zumindest Chancen erspielen? Und ganz ehrlich, wir würden hier vielleicht ja auch nochmal anders drüber sprechen, wenn es so ist, dass die Alltag 10.000 gute Möglichkeiten gehabt hat und sie haben sie nicht reinbekommen. Das Problem ist, dass die Etablierung von Chancen überhaupt gar nicht da war und das ist schwierig. Das hast du gegen Stuttgart anders gehabt, wir hatten in der Rückserie, deswegen finde ich diese Vergleiche Hin- und Rückserie trotz einer ähnlichen Punkteausbeute irgendwie ein bisschen unfair, weil ich glaube, in der Hinserie haben wir eigentlich durch spielerische Armut in konsequenter Linie geglänzt. Hier war es gegen den BVB war das komplett anders. Gegen den VfB haben wir drei Tore geschossen, da war es nur jetzt gegen Wolfsburg so, dass ich gemerkt habe, sie finden keine Mittel und da muss irgendwas passieren, auch wenn du jetzt zuletzt gesagt hast, du verpflichtest keinen weiteren Stürmer, daran müssen wir jetzt uns gewöhnen, aber irgendwelche spielerischen Lösungen musst du jetzt etablieren, um vielleicht doch noch was zu erreichen. Ja. Ja. Dann lasst uns doch mal auf das nächste Spiel schauen. Wir dürfen ran im Topspiel am kommenden Samstagabend 18.30 gegen den 1. FC Köln. Ein tatsächlich hervorragendes Bundesligaspiel, wenn man das mal so sagen darf. Köln, die ja am vergangenen Freitag gegen Leipzig verloren haben, 3 zu 1, was glaube ich durchaus nachvollziehbar oder sagen wir mal okay ist, wenn man gegen Leipzig, die ja doch leider eine deutlich bessere Mannschaft haben als Köln, dann da verliert. Die aber ja trotzdem nicht schlecht unterwegs sind, also Köln jetzt zwei Tabellenplätze vor uns, gleiche Punktregion haben einen Punkt gerade mal mehr wie wir und sind damit ein direkter Konkurrent, wenn es um diese einstelligen Tabellenplätze geht, die gerade einen Modest haben, der in seinem ich weiß nicht wievielten Frühling hier wieder alles zusammenschießt. Mit welcher Einstellung oder mit welchem Glaube geht ihr denn in dieses Spiel da am Samstag? Wie bereitet ihr euch darauf vor? Frau Patricia. Ja, ich bin erstmal froh, dass das erst 18.30 Uhr ist, dass ich den Samstag mal in Ruhe nutzen kann, ohne mich dann heimzuhetzen und schon wieder Fußball gucken zu müssen, sag ich mal. Ja, wir haben alle ganz viel Mitleid mit dir. Ja, nee, also keine Ahnung, ich gehe tatsächlich immer noch nicht besonders negativ in das Spiel rein, ich weiß auch gar nicht, woran es liegt, ich habe irgendwie immer noch so diese Hoffnung, ich glaube, es liegt daran, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, was Marvin gerade gesagt hat, dass wenn man die Hin- und die Rückserie so ein bisschen vergleicht, dass da schon eine Weiterentwicklung stattgefunden hat, auch wenn man jetzt aktuell vielleicht das Gefühl hat, man steht so ein bisschen auf der Stelle oder die Mannschaft kommt nicht voran, weil die Punkteausbeute nicht so ist, wie man sich das vielleicht wünschen würde, aber letztendlich hat sich in diesem halben Jahr dann doch einiges getan und ich glaube, deswegen gehe ich noch einigermaßen positiv gestimmt, ich sage mal positiv, also so glücklich gehe ich jetzt nicht ins Spiel, aber schon noch mit einer Hoffnung ins Spiel, dass da was passieren kann, dass man da drei Punkte mitnehmen kann, alleine weil man sich ja auch Chancen erarbeiten kann, allein die Chancenverwertung ist aktuell immer noch etwas ärgerlich, aber auch der Knoten platzt irgendwann, zumindest rede ich mir das ein und ja, deswegen ich gehe da eigentlich recht hoffnungsvoll rein, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Dennis? Also, es muss sich auf jeden Fall grundlegend was ändern im Vergleich zu dem Spiel und des Auftretens gegen Wolfsburg, ich glaube aber, dass da viele Möglichkeiten bestehen, auch relativ schnell zu handeln und wenn dir die Spiele vorher, ihr habt es ja schon gesagt, auch die Mentalität, man darf natürlich jetzt nicht alles nur schlechtreden, weil Wolfsburg das Spiel einfach eine Katastrophe war, man muss einfach wieder an diese Tugenden, die wir vorher gebracht haben, zurück und Patrizio, da hast du völlig recht, die Torchancen hatten wir, die Torchancen hätten wir da auch teilweise etwas effizienter nutzen müssen, das kann ich mir schon vorstellen, dass wir das jetzt einfach irgendwann im Verlauf der Runde auch noch hinbekommen und ja, warum nicht gegen Köln anfangen, das wird zwar schwierig und das wird auch, glaube ich, echt ein knackiges Spiel, Köln, ihr habt das, du hast vorhin so schön gesagt, René, Leipzig, so eine tolle Mannschaft in Anführungszeichen, ja, die haben auch im Endeffekt, waren die punktgleich am letzten Spieltag noch, haben jetzt 34 Punkte mit uns, also das sind Sachen, die haben auch nicht performt bis jetzt groß und da weiß ich jetzt nicht, macht mir ein bisschen Hoffnung, dass wir auch was gegen Köln reißen, da musst du nicht mit einer Übermannschaft ankommen, also musst du einfach nur effizient und gut und insbesondere auch die Torchancen, die du dann hast, halt einfach machen und dann glaube ich, können wir gegen Köln schon gewinnen. Ja, Marvin? Ich habe schon großen Respekt vor Köln, also ich muss schon sagen, die spielen eine sehr, sehr gute Saison, auch dafür, dass man in der vergangenen Saison ja fast abgestiegen wäre und Funkel war dann, kam der richtige Mann zur richtigen Zeit, muss man sagen, und hat diesen Verein in der Liga gehalten und der Baumann ist das eine super Entwicklung, das macht auch Bock, das gucke ich mir auch als unbeteiligter Zuschauer sehr, sehr gerne an, was dann in Köln passiert und natürlich kommt jetzt so eine dynamisierte Mannschaft wie Köln, die auch die letzten Spielen, ja, wie gesagt, natürlich jetzt gegen Leipzig verloren, aber da macht man sich natürlich auch nicht verrückt, dass man gegen Leipzig verliert in Leipzig, ich weiß nicht, ob das jetzt einen Unterschied macht, aber ihr wisst, was ich meine, gegen so einen Gegner kann man mal verlieren, trotzdem, die stehen auf Platz acht, wer hätte das gedacht, die haben noch zwei Punkte und dann sind sie an Hoffenheim ran, ja, und bei uns ist ja auch nicht viel mehr, wir haben vier, wir haben drei Punkte auf Hoffenheim, also das geht ja alles noch, das zeigt auch, dass trotz dieses blöden Spiels gegen Wolfsburg ja immer noch alles drin ist, da zeigt sich natürlich jetzt, ist das ein bisschen richtungsweisendes Spiel, das muss man abwarten, ich kann mir auch vorstellen, dass die Eintracht hier eine bessere Leistung zeigt, aber es wird halt wichtig sein, jetzt mal zu Lösungen zu kommen und gleichzeitig zu einer, wie soll ich sagen, gesünderen Abwehrleistung, denn das muss man auch festhalten, die Abwehrleistung war erneut nicht gut, wir bekommen viel zu viele Gegentore in der letzten Zeit, wir haben auch mit insgesamt schon 34 Gegentoren, wirklich nicht so wenig, also da muss man auch überlegen, was mache ich, bin ich vielleicht wieder, habe ich die Dreierkette oder mache ich vielleicht sogar Vierierkette, das sind alles Überlegungen, die man anstellen muss, um dann über eine gesicherte Defensive vielleicht in die Offensive zu kommen und dann kann ich mir auch vorstellen, da sind ja nicht die ganz so großen Schränke wie jetzt gegen Wolfsburg, dass wir da wieder mit, auch vielleicht mit schnelleren Flanken Möglichkeiten haben oder halb hoch, je nachdem, was man halt machen will, vielleicht aber auch in den tiefen Raum rein, dann muss halt Boré in der richtigen Ecke stehen, dann kann ich mir das vorstellen, wir sind ja immer so zweckoptimistisch, ihr kennt das ja. Ist so, ist so, aber wenn du dir das anschaust, du hast richtig gesagt, Köln und Frankfurt, die geben sich ja hier fast auch von den ganzen Werten her nichts, 34 Tore hat Köln gemacht, wir 33, 37 haben die gefangen, wir 34, also das ist schon, normalerweise würde man sagen, wir neutralisieren uns eventuell, glaube ich aber nicht dran, ich denke schon, dass da das ein oder andere Tor fallen wird und hoffen wir einfach, dass wir es noch ein bisschen besser ausnutzen können und das ist schon wichtig, dass du hier jetzt richtungsweisend, das ist ein wichtiger Punkt gewesen, den ihr angesprochen habt, richtungsweisend zeigen, dass wir nach oben hin wollen, denn nach unten hin, ja, der Abstand ist schon enorm, es wäre nur schade, wenn du, du hast die Chance einfach wieder oben dich jetzt festzusetzen, weil du hast gesagt, Platz 5, was sind es, 34 Punkte, nee, sogar auf Platz 4 sind es 34 Punkte, also drei Punkte, die wir eigentlich nur weg sind, das ist schon der Wahnsinn und deshalb, das musst du aber auch langsam anfangen, die Spiele zu gewinnen und auch konsequent mal eine Serie zu starten, auch wenn du jemanden wie die Bayern dann in zwei Wochen hast, das musst du ignorieren, musst jetzt anfangen ordentlich zu punkten, dann kannst dich da oben auch richtig festsetzen. Ja, Marvin hat es ja gesagt, Köln macht gute Arbeit, also das ist schon stark, was die abliefern und dementsprechend sind die aber ja auch ein direkter Konkurrent von der Eintracht aktuell, muss man sagen, deswegen ist es wahrscheinlich umso wichtiger, dass man da, also es wird nicht einfach, aber es ist ja umso wichtiger, dort Punkte mitzunehmen, vor allen Dingen zu gewinnen, weil 31 und 32 Punkte, da kannst du erstens Köln überholen und zweitens musst du auch bedenken, da sind ja einige Mannschaften jetzt noch im Rennen, auch in den oberen Tabellenplätzen, die wie Köln, Union, vielleicht auch Freiburg zumindest auf dem Niveau der Eintracht sind, dass man sagt, das sind diejenigen, die man schlagen kann, die man noch einholen kann, aber dann muss man da auch anfangen und eben die direkte Konkurrenz schlagen, also das wird sich dann jetzt zeigen, inwiefern man das gebacken bekommt oder eben nicht und inwiefern es dann auch noch nach oben gehen kann oder man sich jetzt damit zufrieden geben muss, man hängt halt da irgendwo im Mittelfeld und muss schauen, dass es irgendwie nicht noch dramatischer wird, also Abstieg glaube ich jetzt tatsächlich nicht, aber trotzdem möchte man ja in der Tabelle nicht weiter runterrutschen, sondern irgendwie eher sich nach oben orientieren, bestenfalls und ja, da wäre ein Anfang getan, wenn man eben diese direkten Konkurrenten, die aber auch so auf einer Linie mit der Eintracht sind, würde ich mal sagen, schlägt. Ja, ich tue mir genau das, was du sagst, ich tue mir bei diesen Absoluten ja immer schwer, die ich gerade auch viel im Internet lese, Klaassen hat niemanden verbessert, alles schlimm, alles furchtbar, andererseits auch Leute, die alles in Schutz nehmen. Es ist leider eine Mischung, es ist leider eine Mischung, dass wir viele Spiele haben, die absolut nicht an ihr Leistungsniveau kommen, was sie beispielsweise am Ende oder im Laufe der Saison 2021 hatten, das ist so. Wir sehen einen Hinteregger, der seiner Form hinterherläuft, also mit am drastischsten sogar von allen Spielern. Dagegen sehen wir aber auch einen Dicard, der sich stabilisiert hat, einen Tutor, der sich gut etabliert hat, für mich absolute Stammspieler, wir sehen ehrlich gesagt auch in der Koster, der zumindest defensiv ordentlich Arbeit macht, in Lenz ebenfalls. Wir sehen natürlich eine interessante Entwicklung eines Linz-Trömen, da passt schon vieles zusammen und wer hätte gedacht, dass Bore als ablösefreier Transfer sich so in diese Mannschaft hineinspielt, hätte man wahrscheinlich auch nicht immer gedacht. Dagegen haben wir auch wieder Kamada, der momentan wesentlich schlechtere Spieler macht, Spieler macht, als er sie im vergangenen Jahr gemacht hat. Wir sehen, es ist nicht auf allen Positionen gut. Die Frage ist, kann Glasner, der ja sichtlich unzufrieden war nach dem Spiel gegen Wolfsburg, kann er das jetzt auch seine Unzufriedenheit in diese Mannschaft hineintragen und denen noch ein bisschen mehr beibringen oder etwas rauskitzeln, sodass sie endlich wieder offensiv klarer spielen. Und das ist die Hoffnung. Und trotzdem, ich muss die Frage an euch stellen, denn Dennis hat hat sie auch gemacht, mit welchem System würdet ihr denn gehen? Ja, ist eine spannende Frage. Ich bin da so ein bisschen unentschlossen, weil das ja auch die Frage ist, welches Personal dann tatsächlich zur Verfügung steht. Es gab ja heute die Meldung, dass Hasebe wohl wieder im Mannschaftstraining war, noch nicht so voll mittrainiert hat, aber doch schneller als erwartet, jetzt wieder auf dem Trainingsgelände ist. Ich sag mal so, also ich mag Hinti nach wie vor sehr, aber ich glaube, man tut ihm keinen Gefallen dafür, ihn dann Woche für Woche dort spielen zu lassen, wenn es halt gerade offensichtlich nicht funktioniert. Also wenn es wirklich so weit kommen würde, dass Hasebe noch nicht fit ist und Hinti auch nicht so richtig optimal, dann würde ich es tatsächlich mal wieder versuchen, gerade auch jetzt mit Knauf als Alternative für die linke Seite und mit einem Lenz, der wieder verfügbar ist, mal in eine Viererkette zu gehen. So, also ich bin pro Viererkette an der Stelle. Patricia, was mit dir? Für mich ist das so ein bisschen gegnerabhängig. Ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht sicher, wie viel Gewicht das System hat letztendlich. Also ich verstehe den Impuls, dass man da vielleicht was ändern kann, auch die Spieldynamik vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit in der Abwehr schaffen kann. Glaub aber irgendwie nach wie vor, dass es eher an so, ja nicht an der Einstellung hängt, aber so an Motivation. Ja, und auch so an der Form einzelner Spieler plus eben auch der Entlastung im Sturm. Also dass da einfach nicht genug Gefahr ist, plus dass halt die Chancen nicht gemacht werden. Also ich weiß gar nicht, wie groß dieses Abwehrthema ist. Klar, Fakt ist, man kassiert zu viele und unnötige Tore. Alles in allem ist das für mich so eine Gegnerfrage. Also klar, in der Dreierkette bist du halt immer ja, ein bisschen offen, was so Konter-Dinge angeht. Also du hast ja immer das Problem, dass wenn dein Außenverteidiger überlaufen wird oder irgendwie einen Zweikampf verliert, dass es halt hinten offen ist, der Innenverteidiger rausrücken muss und dann bist du in der Mitte wieder offen. Von daher glaube ich schon, dass eine Viererkette für Stabilität sorgen kann. Da habe ich aber dann noch dieses Hinti-Problem, ehrlich gesagt, weil ich das ein bisschen anders sehe als René. Also ich glaube ehrlich gesagt, man tut ihm erst recht keinen Gefallen, wenn man ihn wieder rausnimmt nach einem Spiel, in dem er, das weiß er selbst, keinen guten Tag hatte. Und ich habe das Gefühl, das zieht ihn noch mehr in diesen, in diesen Negativstrudel, in dem er sowieso schon drin hängt. Also ich glaube, er muss sich irgendwie Sicherheit eben durch Einsätze und durch, ja, sich steigernde Leistungen erarbeiten. Andererseits, klar, ist das ein Risiko für die Eintracht. Deswegen, ihr merkt, ich, ich habe irgendwie nicht die Lösung dafür, würde aber Hinti auch ungern direkt fallen lassen, weil das eben auch, man darf jetzt auch nicht vergessen, mit Tasebe, der hat auch seine Schnitzer drin gehabt. Also das war auch nicht alles perfekt. Ja, deswegen finde ich schwierig, wäre aber auch offen, es mit einer Viererkette zu probieren. Dann würde ich aber, glaube ich, nicht Knauf aufstellen, sondern, also ja, nee, ich glaube ich von der Bank dann eher kommen lassen. Ich würde da Costa oder so, also schon einen richtigen Rechtsverteidiger hinten reinstellen und dann davor eher so eine 4-3-3-Richtung gehen, ehrlich gesagt, wenn wir mit der Viererkette weiter verfahren wollen. Ich finde es ganz wichtig, was du sagst, denn oftmals, das habe ich auch gestern im Heimspiel gesagt, wird vollkommen vergessen, dass auch nach Säbe mittlerweile einige Spiele drin hatte, die nicht mehr genau waren, wo er viel, viel Fehlpässe geschlagen hat. Er hat gegen Stuttgart kein gutes Spiel gemacht und das darauf jetzt zu setzen als Wunderheilung, das ist nicht für mich ausreichend. Ich könnte mich trotzdem mit einer Viererkette anfreunden und würde mal sagen, beispielsweise, dass ein Dika neben Hinteregger zusammenspielt und tut, obwohl er so gute Leistung gerade gezeigt hat, vielleicht mal eine kleine Pause bekommt und das ist so ein bisschen die Chance dann für Hinteregger wäre, zu zeigen, okay, jetzt hast du Hinteregger gegen Modest. Wer gewinnt dieses Duell? Wenn dann Hinteregger das Duell dann für sich entschieden hat, bekommt er auch wieder Selbstvertrauen. Ja, also das sind so zwei Sachen und ich würde auch mit Patrizia gehen und ebenfalls sagen, dass du halt richtig klar außen im Defensiven Verbund hast. Also, dass links dann Lenz, der gute Spiele gemacht hat, rechts da Costa, der defensiv gute Spiele gemacht hat. Das finde ich gut und dann oben und dann weiter vorne musst du dann halt sehen, wie du aufstellst. Da bist du ja dann Sachen offensiv, Qualitäten, vielleicht nicht in der Spitze herausragend besetzt, aber du könntest ein bisschen variieren. Knauf hast du eben schon erwähnt, René, man könnte auch andere Leute, Heuge beispielsweise mal wieder von Anfang an beginnen, wäre auch eine Idee. Ja gut, du kannst ja auch mit einem soliden 4-2-3-1 spielen und dann hast du halt in den drei Offensiven hast du einen Kostage, einen Kamada und einen Lindström, also Kostage links, Lindström rechts, Kamada in der Mitte. Diese Variante mit Kostage ein bisschen weiter vorgezogen, eher als so ein Zehner, der so halb in der Mitte, halb auf den Außen agiert hatten, war das nicht gegen Bayern sogar in der Hindenrunde, die Variante, die man gewählt hat und Bore davor, also du musst nicht zwingend auf den Knauf gehen. Da hast du glaube ich genügend Optionen an der Stelle. Aber ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, ich finde das eigentlich ganz sympathisch sogar, mal so ein bisschen ausgeglichene Ausstellung auch wieder zu haben, eigentlich das, was wir uns doch alle wünschen und ihr habt recht, Fehler wäre, denke ich, Hinti jetzt total, du bist ein momentan Problemfall, war doch irgendwo die Titelung in irgendeiner Zeitung, wo man sagt, oh Mann, jetzt haut doch nicht auf den Kell noch drauf, er weiß es sicherlich selbst, bring ihn gerne, stell ihn in die Viererkette, dann mitnimmst du ihm auch so dieses, mit der Viererkette kann man sich immer noch mal ein bisschen aushelfen, dann ziehen die eben die beiden aus noch ein bisschen mit rein, das geht schon irgendwie, glaube ich. Also ich denke auch mit Hinti und Dicker in der Viererkette, das kann schon funktionieren, ich bin auch für eher Da Costa und Lenz dann und davor aber sowohl vor Lenz ein Kostic, als auch vor Da Costa ein Knauf, finde ich total sympathisch, auch um hier ein bisschen, ja mal diese Flanken, diese Ausgewogenheit, wir sprechen dort, haben immer drüber gesprochen, du kannst dir es kaum angucken, weil wieder von der einen Seite nichts kommt und alles läuft nur über links, über Kostic. Auch da erwarte ich mir sehr viel, Knauf, wie gesagt, was er gezeigt hat am Wochenende, fand ich gar nicht schlecht. Vorne wäre für mich derjenige, der da die Pause eigentlich braucht, eher Kamada, weil das ist auch so jemand, der, ich glaube, der braucht mal vielleicht wieder eine Trainingspause, vielleicht ist er überspielt, aber der hat mir auch überhaupt nicht gefallen, die letzten Spiele und er kam, wenn er dann so ein bisschen, ein Wechselspieler ist er für mich immer noch nicht, das heißt, ja, vielleicht muss man da dann auch mal schauen, vielleicht funktioniert mit Flanken, dann kann auch wieder im Patienz ja vielleicht ein bisschen Selbstbewusstsein sammeln, auch auf keinen Fall von Anfang an, aber als Option rein. Patienz ja wird schwierig, hat heute nicht am Training teilgenommen, hat wohl irgendwie eine Zerrung im Oberschenkel, ist fraglich mit dem Einsatz auf das Wochenende. Okay, okay. Na gut, dann vielleicht so, also schon jemand, der natürlich auch körperlich was bringen kann. Lindström dahinter, der hat für mich die beste Leistung über die letzten Spiele hinweg immer gezeigt, auch wenn es natürlich dann ab und zu mal gehabert hat mit dem Abspiel oder sonst was. Aber der ist jung, der kann das lernen, das ist prima, wunderbar. Boré, ihr habt es gesagt, dass der so performt hätte, glaube ich, keiner gedacht. Ja, im Endeffekt haben wir sehr viele Optionen und ich bin auch sehr gespannt. So, Jakic denke ich, wir kommen ja dann gleich wahrscheinlich, oder wir haben ja eigentlich jetzt schon die Aufstellung, ja dann insgesamt können wir dann nochmal gucken, was wir dann am Ende wirklich aufstellen würden, aber auch So und Jakic, das funktioniert schon. Das ist, denke ich, nichts, wo man jetzt sagen muss, da muss jetzt Rode zwingend als Jakic-Ersatz rein. So, denke ich, ist immer eine Option nach vorne, einfach, der macht das, der kann auch so ein Spiel sehr gut leiten. Ich denke, das wirst du auch gegen Köln wieder brauchen. Also machen wir jetzt eine Aufstellung für eine Viererkette, oder wie? Also wir haben ja viele jetzt dafür gehabt, die gesagt haben, ja, oder Patrizia, bist du auch? Nee, Patrizia ist ja wie immer die Schweiz, das hat sie ja schon gesagt. Ja, also von mir aus, wir können das ja auch, ich wollte jetzt schon sagen just for fun, aber wir können ja auch mal eine Viererketten-Aufstellung machen, weil Fünferketten- beziehungsweise Dreierketten-Aufstellung haben wir ja jetzt zu Genüge jede Woche durchgespielt. Also da weiß man ja auch in etwa, was wir tun würden, oder? Also ich glaube, in der Dreierkette wäre Endika, Hinti, Tutta, Kostic und klar, rechte Seite ist dann irgendwie Da Costa oder wahrscheinlich Knauf für die ganz Verrückten unter uns, die sagen, ja, Defensive mal sehen, aber für die Offensive bringt der Impulse, was auch stimmt. Also mir hat das auch sehr, sehr gut gefallen, als Knauf reinkam. Ich finde, man hat gemerkt, dass er so seine offensiven Qualitäten hat auch. Also dass er eher auch in der Offensive zu Hause ist, als unsere Rechtsverteidiger, die ja namentlich erwähnt sogar schon Verteidiger sind. Also ich finde, das hat man gemerkt und hat mir gut gefallen und würde ich in Zukunft auch gern öfter sehen. Aber das nur kurz am Rande. Deswegen, ich glaube, da sind wir uns einig, was wir machen würden. Deswegen können wir ja mal eine Viererkette durchspielen, oder? Lass mal Viererkette durchspielen. Ähm, also ich habe jetzt schon mal notiert, Trapp, brauchen wir ja nicht drüber reden, Lenz auf links und ich glaube, die mehrheitliche Meinung war, da kostet er dann als Rechtsverteidiger. Korrekt? Yep. So. Gerne. Endika, brauchen wir auch nicht drüber reden. Spannende Frage ist dann, wer spielt neben Endika? Marvin hatte ja in den Ring geworfen, Hinti. Als zweiter Innenverteidiger. Finde ich gut, ja. Bleibe ich dabei, allein weil ich ihm die Chance geben will, sich nochmal zu beweisen und dann in den Infight zu gehen, erneut, vielleicht nicht direkt am Sechzehner, gegen den guten Spieler aus, ach, jetzt habe ich den Namen vergessen, meine Güte, aus Köln. Aus Modest. Natürlich Anthony Modest, aus Modest, genau, ich werde es fast aus Modest gesagt, genau, aus Köln. Genau, das kann ich mir vorstellen. Ja. Dennis hatte auch schon gesagt, ja, Patricia? Ja. Ich tue mich schwer, ehrlich gesagt. Also, ich will auch Hinti die Chance geben. Ja. Für mich ist aber irgendwie entweder Viererkette oder Hinti, ehrlich gesagt. Ich tue mich halt schwer, Tuta rauszunehmen aus, also ich verstehe das, was die, Marvin hat es ja schon erklärt, der könnte ja einfach mal so eine Pause machen, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich weiß nur nicht, wie nimmt das so ein Spieler auf? Also, ich weiß halt nicht, wir sagen das so, auch so wohltuend, was es ja auch ist, einfach mal, komm, machst du mal eine Woche Pause und dann kommst du zurück. Aber wie verkaufst du das dem Spieler? Ich glaube, ein Spieler will immer spielen, will sich zeigen, will sich in eine Startelf reinbeißen. Und irgendwie ist das Signal komisch, zu sagen, HintiAger hatte einen rabenschwarzen Tag am Wochenende. ist sowieso irgendwie nicht besonders gut in Form. Ja, Tuta, du machst das wunderbar, du machst das richtig stark, aber du bist jetzt erst mal auf der Bank. Das ist halt irgendwie das, also ich finde das Signal weird und ich kann mir vorstellen, dass das so für Tuta so ein bisschen Schlag ins Gesicht ist. Er weiß halt nicht, wie er es aufnehmen würde. Aber ich verstehe den Impuls, Hinti da reinnehmen zu wollen, weil, wie gesagt, ich möchte ihm auch die Chance geben. Ich möchte auch, dass er wieder Sicherheit bekommt, weil ich immer noch glaube, dass es ein guter Innenverteidiger ist. Und wenn er wieder zu seiner alten Form findet, wäre das für alle wünschenswert. Von daher, aber ich weiß nicht, wenn ihr mich jetzt sowieso überstimmt, weil wir ja schon zwei Stimmen für Hinti haben, ich weiß nicht, wie René da dazu steht, dann von mir aus gerne, ich wollte nur mal anmerken, dass ich es irgendwie, ja, ich tu mich sehr, sehr schwer. Jetzt verlass doch mal deinen Schweiz-Modus, du musst jetzt sagen, ich muss gar nichts sagen, du musst erst mal sagen. Warum muss ich jetzt erst mal sagen? Weil es 2 zu 1 steht und du bist der Letzte, der entweder Unentfieden machen kann, oder? Du hast ja noch nichts gesagt, warst ja noch nicht für einen entschieden, sondern du hast jetzt ja zwei Minuten rumlaviert. Ja, also ich habe gesagt, ich finde es schwierig mit Hinti, also ich würde wahrscheinlich eher Tutor aufstellen auch, ja. Okay, also du sagst Tutor. Ja. So, dann haben wir jetzt ein Problem, ich sage nämlich auch Tutor und damit haben wir ein 2 zu 2. Aha, ja, okay, jetzt sage ich noch eine Sache zu. Hat mir jemand was, die schreibt, was er jetzt machen würde. Oder Alex. Genau, aber wir müssen doch sagen, bei Tutor, das Verhältnis mit Glasner, hoffe ich mal, und mit dem ganzen Trainerteam ist hoffentlich so gut, dass man einem Tutor erklären kann, schau dir mal Hinti an. Hinti braucht diese Spielzeit, wir sind ein Kollektiv, wir sind eine Mannschaft, der muss jetzt mal kommen, das hat nichts mit deiner Leistung zu tun und so weiter und dass er das auch versteht. Ich hoffe, dass wir so weit sind und dass die Mannschaft auch so weit sich entwickelt hat. Ja gut, aber dann könntest du auch die gleiche Nummer drehen und könntest sagen, wir haben zwei Innenverteidiger, die linksfuß sind und du kannst das genauso gut auch einem Indiker erklären, dann nehmen wir einen Indiker halt raus und stellen dafür einen Hinteregger rein. Also das Spiel kannst du ja auch in die Richtung drehen. Könnte ich, aber ich finde, da nehmen wir uns natürlich noch mehr Potenzial. Tutor ist für mich der schlechtere Innenverteidiger. Und das ist natürlich auf hohem Niveau, also ich meine, hier geht es ja auch darum, wer das Standing hat. Und Indiker hat natürlich aufgrund einer noch größeren Varianz und einer noch besseren Spieleröffnung vielleicht die bisschen bessere Höherwertigkeit. Aber es wurde ja eben schon gesagt, also ein Tutor hat bis auf den achten Spieltag und dann mit Gelb-Rotschbeere den siebzehnten Spieltag alle Spiele im Grunde gemacht. Hier mal zu sagen, machen wir kurz einen Break, empfinde ich als durchaus okay. Aber klar, Patrizio hat es gesagt, das muss man dem Spieler verkaufen. Wenn ich merke, es gibt kein Maß der Bereitschaft, muss ich mir da was überlegen. Von der Leistung her hat es ein Hinteregger gerade nicht verdient. Das ist auch richtig. Wenn wir nur danach gehen. Liebe Leute, entscheidet ihr. Ich weiß es nicht. Ich habe Pro und Contra. Ich glaube allerdings, dass ein Hinteregger genau solche aufreibenden Spiele braucht. Ich akzentriere nochmal, Anthony Modest ist glaube ich genau der richtige Spieler und wir werden auch ein lauteres Stadion haben. Also wir spielen leider nicht zu Hause, aber Köln ist auch immer dafür bekannt, auch die Partien gegen Köln sind immer für ein robustes Maß an freudsamer Fußballlaune bekannt und ich kann mir schon vorstellen, dass ihm das auch hilft und auch jetzt das Zeichen zu haben. Köln hat, wenn ich das richtig gelesen habe, glaube ich auch einen Eilantrag beim Landgericht Münster gestellt, Ende der Woche oder am Wochenende, mit einer Auslastung bis zu 50 Prozent. Also wenn die damit durchkommen, kannst du davon ausgehen, das wird durchaus knackig laut werden da in Köln. Weil du das jetzt schon mehrfach angesprochen hast, Hinteregger gegen Modest, so Kampfschwein gegen Kampfschwein nenne ich es jetzt mal. Ich habe eine spannende These die letzten Tage verfolgt oder gehört und würde jetzt gerne mal eure Meinung dazu hören. These ist, dass man Hinteregger ein bisschen, wie soll ich das jetzt beschreiben, ihm wenig in Gefallen getan hat mit der Kapitänsbinde, weil er ja doch auch gerne mal so ein Spieler ist, der vielleicht mal einen Ticken mehr drauf legt, vielleicht auch mal so die unpopuläre Aktion rausgehauen hat in der Vergangenheit, aber durch die Kapitänsbinde vielleicht jetzt auch so ein bisschen mehr so Vorbildcharakter haben muss und damit jetzt so ein bisschen in diesem inneren Zwiespalt ist. Das war so die These. Was denn wäre da so eure Meinung zu dieser These? Marvin, du bist doch großer Freund von Thesen. Naja, die Sache ist einfach die, dass ich glaube, dass das nur im begrenzten Maße haltbar ist, weil er ja auch gesagt hat, dass er sich diese Verantwortung durchaus zutraut und auch genau die Signale waren, die in seinem Umfeld ja laut wurden. Insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt das Problem ist. Da sind andere Sachen und man muss auch immer den psychologischen Hintergrund auch mitdenken. Wie gesagt, er hat ein Buch dazu geschrieben, das habe ich auch beim Heimspieler schon gesagt, er hat ein Buch auch geschrieben, wo er auch genau solche Passagen mit hineingenommen hat. Es ist Fußball auf diesem Niveau ist nicht einfach, gerade für jemanden, der ein traditionellerer Typ ist. Also er ist ein traditionellerer Typ, der mit auch ein bisschen Kulturclash immer zu arbeiten hat. Ich kann mir vorstellen, da spielt viel mit rein. Ich würde es am ehesten nicht darauf beschränken, sondern da sind ganz andere Faktoren, die da mit reinspielt. Am Ende, dass er halt einfach gerade nicht gut spielt. Und ich glaube, da ist diese Kapitätsbinde weniger relevant, als wir denken. Okay. Andere Meinung von den anderen? Nee, ich finde es ähnlich wie Marvin, glaube ich. Also vor allem Hinti hat das, wie schon angesprochen, selbst gesagt, dass er sich das zutraut, dass er das auch cool fände, diese Rolle einzunehmen. Von daher glaube ich auch nicht, dass es daran liegt. Ich glaube wirklich auch, dass es so ein mentales Ding ist. Er ist ja ein sehr, sehr emotionaler Typ auch. Also so ein, ja, ich glaube, das ist so ein Spieler, der macht sich vielen Kopf und der braucht dieses Umfeld, was ihm irgendwie so eine Wohligkeit gibt auch, wo er sich auch wohl fühlt. Und wenn es dann eben mal nicht so gut läuft, ist es glaube ich aber auch einer, der sich vergleichsweise schnell runterziehen lässt und sich da zu sehr den Kopf macht und sich dementsprechend auch härter daraus arbeiten muss wieder. Deswegen glaube ich auch eher, das hängt daran, als jetzt an der Kapitänsbinde, ich glaube vielmehr, dass das eher was ist, was ihm hilft, was ihm ja so eine Anerkennung gibt. Ja, von daher sehe ich das, also würde ich die These nicht unterstützen, glaube ich. Okay. Dann haken wir dieses Thema ab und gehen mal ein Stück vor die Abwehr. Und zwar, wenn wir jetzt mit Viererkette spielen, gehe ich mal davon aus, zu spielen trotzdem weiterhin mit einer Doppel-6 beziehungsweise Sechser-Achter, je nachdem, wie man die Position dann auslegt. Ich hätte jetzt aus dem Bauch raus gesagt, wir bleiben bei Sojakic. Oder würdet ihr da irgendwas ändern und vielleicht ein Rode da an irgendeiner Stelle wieder hinsetzen? So, Jakic. Patricia? Nee, passt für mich auch. Marvin, gehe ich auch von aus. Na ja, wenn ich ehrlich bin, habe ich da Rode Soe halt, ne? Ich habe Rode mit reingenommen, weil er für mich ein bisschen spielstärker als Jakic ist und weil ich diesen spielerischen Mangel auf den Außen damit ein wenig ausgleichen wollte. Aber das ist kein Zwang. Ich ordne mich euch da durchaus unter. Das ist schön. Ich habe jetzt gedacht, Marvin, du packst jetzt jemand anderen aus wie ein Rustic, weil du im Endeffekt durch die Viererkette so defensiv geworden bist, dass du aus der zweiten Reihe noch jemanden brauchst, der ein bisschen auch vorne Tore machen kann. Das war tatsächlich auch noch eine Überlegung. Hier die Dynamik nach vorne, damit du eben diesen, ich nenne es jetzt mal den Schwung nach vorne nicht zu sehr verlierst, wäre meiner Meinung nach tatsächlich auch jemand wie Rustic, der ja ordentliches Spiel beim letzten Mal jetzt hier gegen Wolfsburg in den letzten fünf Minuten jetzt nicht herausgestochen ist, aber in dem Spiel vorher ja auch sehr gut gezeigt hat, dass er auf jeden Fall ein gutes Schüsschen hat, wäre für mich da auch eine Überlegung wert, aber nicht als Startelfspieler. Also bleiben wir bei Soriakic, weil das die Mehrheitsmeinung ist. Und dann ist die Frage, die verbleibenden vier Plätze, wie stellt ihr die auf, beziehungsweise sortiert ihr die ein? Also Kostic auf links oder links offensiv, whatever, ist glaube ich auch gesetzt. Boree vorne im Sturm vermutlich auch, weil da haben wir ja auch wenig Auswahl, weil Pasenz ja nicht verfügbar ist und Lammers, weiß ich nicht, Basti ist ja heute nicht da, der hätte jetzt Lammers aufgestellt. Da Basti nicht da ist, wird das aber nicht passieren. Das wäre eine Doppelspitze, wäre 4-4-2 geworden oder so am Ende. Wahrscheinlich, ja. Haben wir noch zwei Plätze übrig, wie besetzt ihr denn die? Ja, Lindström kannst du hier nicht rausrotieren, also einer unserer besten Spieler momentan, finde ich, der muss spielen. Lindström muss spielen. Patricia wird dem sicherlich nicht widersprechen, die Frage ist jetzt eher so in der Mitte oder eher so auf rechts? Ich sehe ihn auch eher auf rechts. Okay. Weil Schnelligkeit und so weiter und so fort und kann dann auch so ein bisschen auf dem Flügel sich fallen lassen, falls nötig. In der Mitte ist er ja so ein bisschen festgesetzt dort. Deswegen, ich glaube, seine Schnelligkeit kann er da eher ausspielen, wenn er noch diesen Freiraum nach außen hat. Hm, das ist, also in meiner Elf spielt ja Knauf rechts, dementsprechend muss ich sagen. Lindström müsste eher, ja, so in diesem Rohr, eigentlich in dem Raum zwischen Sojakic und Boré rumwirbeln. Und ja, da hätte ich ihn gerne, das ist halt die Frage, kann er das? Kann er das ausfüllen? Eigentlich eine Position, die Kamada, wenn er top spielt, sehr gut ausfüllen kann. Korrekt. Ich muss sagen, aber Kamada war wirklich, also die letzten Spiele, ich glaube, er braucht mal eine Pause. Dementsprechend wäre Kamada in meiner Startelf nicht vorhanden. Also Dennis sagt Lindström in der Mitte rechts Knauf. Patricia sagt rechts Lindström. Und wen setzt du in die Mitte? Bei mir spielt Kamada, ehrlich gesagt, weil genau das, was Dennis sagt, wenn er denn seine Form abrufen kann, dann spielt er das auch genial aus da. Ich habe auch das Gefühl immer, irgendwie Kostic spielt sehr, sehr gerne mit Kamada zusammen. Also ich habe so das Gefühl, er merkt so, das ist einer, der auch richtig kicken kann und der auch seine Ideen versteht und die Räume sieht und so. Also ich habe das Gefühl, Kostic fühlt sich sehr, sehr wohl mit Kamada und hat da auch so eine Connection. Deswegen spielt der für mich, also auch aufgrund der Qualitäten, die er eigentlich hat, die er nicht immer konstant abruft, konsequent. Aber ja, deswegen, ich habe da Hoffnung, dass der Kamada durchkommt, den wir kennen und von dem wir schon einiges Gutes gesehen haben. Okay. Marvin? Ich sehe es genauso. Ich muss sagen, ich würde grundsätzlich ein bisschen umstellen, weil ich habe ja dann vier Offensive. Und das würde bedeuten, dass bei mir in der zentralen Offensive ein Kamada spielt. Ich würde sogar links auch Lindström lassen, rechts wahrscheinlich sogar Heuge, hatte ich eigentlich darüber nachgedacht. Und vorne Borea. Aber für mich würde auf jeden Fall Kamada neu spielen. Aber dann hast du Kostetsch raus. Das ist richtig. Scheiße, ja, das stimmt. Ja, das ist richtig. Hoch. Ja, aber, ja, nee, 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 nee. Das hängt aber, das ist aber, ja, das ist richtig. Aber ich denke tatsächlich darüber nach, weil den habe ich auch hier in meiner Aufstellung rausgelassen, die ich jetzt nochmal gemacht habe. Ja, es ist, ja. Das ist halt wirklich so ein Systemding. Ja, ja, ich bin auch nicht so zufrieden gewesen, muss ich echt sagen. Ich weiß auch nicht, ob die eintracht, weil, ich meine, ich wollte das jetzt hier nicht aufmachen, aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass diese Positionierung auf Kostetsch das Ganze auch vielleicht ein bisschen lähmt. Und mir fehlt halt die Tatsache, dass, also Heuge ist jetzt, klar kann man, wenn man bei klarem Verstand ist, vielleicht nicht draußen lassen, Kostetsch. Aber ich wollte Heuge mal wieder sehen, deswegen habe ich das schon bewusst gemacht. Das ist ärgerlich. Ja, ich bleibe dabei. Ich blase Kostetsch mal draußen. Wenn wir auch hier davon sprechen, dass Kostetsch seit mehreren Wochen ja auch raus war und dann jetzt erst wieder zurückgekommen ist und er noch nicht bei 100 Prozent ist. Vielleicht bin ich wirklich da so, dass ich sage, Linz, Trüm links, Kamala Mitte und rechts Heuge und vorne Borei. Ja, ich bleibe dabei auch. Aber würde nicht dann auch die andere Variante mehr Sinn machen, dass du einen Heuge nach links stellst, weil der ist ja eigentlich mehr linker Offensivspieler als rechter Offensivspieler? Das könnte man darüber nachdenken. Eigentlich ist er aber rechtsaußen. Also Heuge ist definitiv eigentlich ein rechtsaußen, der aber natürlich auch schon oft genug linksaußen gespielt hat. Aber die könnten sich ja, das was ja auch eine Stärke sein kann, Linz, Trüm und Heuge ja auch mal abwechseln. Was die ja auch schon gemacht haben in Spielen. Genau, würde ich auch ganz geil finden. Also Marvin dreht den Spieß komplett und geht hier mit einer Post-Costage-Aufstellung ins Rennen. Ja. Das haben wir natürlich hier nochmal einen ganz anderen Diskussionsstrang aufgemacht. Ich finde die Idee allerdings gar nicht so unscharmant und würde mich dieser Variante anschließen wollen. Auch wenn ich dann wahrscheinlich auch zu den zwei Prozent total Bekloppten zähle, aber ich finde die Variante gar nicht so verkehrt. Also, Linz, Trüm links, Kamada Mitte, Heuge rechts, Boree vorne. Patrizia. Ich bleibe bei meiner Aufstellung. Aber nichtsdestotrotz hat Marvin einen Punkt. Ich würde Heuge auch gern mal wieder sehen. Ja, aber ich glaube noch nicht, dass ich bereit bin, ihn für Costage in die Startaufstellung zu stellen. Vor allem, wenn der jetzt so langsam wieder kommt. Also, jetzt gegen Wolfsburg war das ja noch, ja, ist bei 80 Prozent, aber jetzt ist ja nochmal eine Woche vergangen und so weiter und so fort. Von daher bin ich, glaube ich, noch nicht bereit, das zu gehen. Finde es aber spannend. Also, Kompliment an die Mutigen, die es machen würden. Zu denen gehöre ich auch nicht, ja. Ich bin auch eher bei Costage und einfach, weil es gut funktioniert. Wir müssen ja auch sagen, das ist natürlich eine krasse Umstellung, wenn du hier schaust, was jetzt hier spielt. Allein schon der Wechsel von 3 auf 4er Kette ist wahrscheinlich schon unrealistisch, dass wir hier sowas sehen. Also, es einfach ein Riesenschritt ist. Und dann nimmst du dir noch so eine Waffe wie Costage, der über lange Zeit einfach bei der Eintracht sehr gut performt hat auf der Seite. Ich glaube, eher so die kleinen Schritte. Auf der rechten Seite muss es einfach irgendwie besser funktionieren. Deshalb, wie gesagt, Lindström, Knauf vielleicht auf der Seite. Aber, wie gesagt, charmant ist es, Marvin, definitiv. Ich muss sagen, eure Ausstellung gefällt mir auch gut. Ich glaube, wir werden sie aber ohnehin im nächsten Jahr häufiger sehen, wenn Costage uns tatsächlich irgendwann verlassen sollte. Und dann haben wir auch diesen Ausgleich. Marvin, du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Es lähmt. Es lähmt tatsächlich das Spiel teilweise, wenn Costage drauf ist. Das ist richtig. Das haben wir in der Vergangenheit häufiger gesehen, dass Spieler sich einfach zu sehr darauf verlassen. Ach, wir haben ja Costage und dann machen wir alles über diese Seite. Ein bisschen mehr Abwechslung ist da, wenn Lenz auf der Seite spielt. Ja, mal schauen. Also, ich würde aber trotzdem gerne einen Costage mit 100 Prozent am Wochenende sehen. Ist auch in Ordnung. Gleich alles wieder um, ne? Weil jetzt, wo du es gesagt hast, das lähmt es, dass es nur über Costage geht, bin ich kurz davor zu sagen, ja, lass doch die Dreierkette spielen und dann mal Knauf, Costage, Flügelzange machen. Um mal zu sehen, wie sich das dann entwickelt, wenn da ein offensiver Spieler spielt. Klar, das Risiko besteht dann, dass sowohl Costage als auch Knauf nicht die größten Fans von ihren Defensivaufgaben sind wahrscheinlich. Aber der Vorteil wäre, dass du zwei Spieler hast, die sehr wohl offensive Qualitäten haben. Also, ich will jetzt hier nicht anfangen, das nochmal umzuwerfen, aber ich wollte es nochmal in den Raum werfen. Willst du jetzt nochmal anfangen, nochmal eine Dreierkettenaufstellung zu machen? Nee, nee, nee. Habe ich nicht richtig verstanden. Nee, ich wollte nur einen kurzen, kleinen, ja, so eine kleine Idee reinwerfen. Aber ich will nicht nochmal anfangen, die Aufstellung von Neuem aufzurollen. Okay. Tja, dann sind wir uns einig, dass wir uns uneinig sind und dass das eine extrem schwierige Entscheidung aufgrund der all der unterschiedlichen Mietrigkeiten da ist. Und ich bin erneut froh, dass ich letztendlich nicht derjenige bin, der diese Aufstellung machen muss, weil ich glaube, da würde ich ganz vielen Menschen gewaltig auf die Füße treten. Dann lasst uns doch mal hier noch Ergebnisse tippen für das Spiel gegen Köln. Und Frau Patricia, du stehst hier als erstes in der Liste. Ja, dann nehme ich mal ein 2-1 für die Eintracht. Also dieser typische 2-1-Tipp. Aber ich tippe jetzt so lange auf die Eintracht, bis sie wirklich gewinnt. Und dann hörst du damit auf? Vielleicht. Okay. Marvin? Ein wackeliges 1 zu 0 für die Eintracht. Ein wackeliges 1 zu 0 für die Eintracht. Dennis? Solides 3-1 für die Eintracht. Okay. Ich sage ein solides 2 zu 2. Ja, ist wirklich so ein unentschiedenes Spiel irgendwie, wenn man es so hört. Aber ein gutes 2 zu 2. Also es gibt ja schlechte 2 zu 2 Spiele und es gibt gute 2 zu 2 Spiele. Und das ist für mich eher eins der guten. Also es ist auch von der, hier hat es ja vorhin schon angedeutet, oder gesagt, von der Paarung her auch so ein Spiel, wo man durchaus Lust hat, wenn da auch Fans im Stadion sind in Köln und beide Mannschaften gut drauf sind. Kann das ein echt solides Spiel werden? Und dann bin ich vielleicht am Ende auch mit dem 2 zu 2 durchaus zufrieden, wenn es halt ein gutes Spiel war. Aber ob es das am Ende jetzt geworden ist oder nicht, werden wir dann sehen und dann in der nächsten Woche besprechen. Ich wollte nur einmal ganz kurz noch hier ein aktuelles Thema anreißen. Und zwar das Thema Nachwuchsleistungszentrum. Und vielleicht können wir da ähnlich, wie wir es ja bei dem Datzen-Thema gemacht haben, auch mal ein Thema machen, wo ihr da draußen uns nochmal eure Meinung dazu mitteilt. Und dann können wir das in der nächsten Woche nochmal ein bisschen größer auffassen. Es hat sich ja jetzt diese Woche einiges getan, news-thetisch beim Nachwuchsleistungszentrum. Zum einen kam am, ich weiß nicht mal genau, ob es Mittwoch oder Donnerstag letzter Woche war, der Hinweis, dass ja auch unser zweites so hochgelobtes Talent aus Spanien, Enrico Herrero, wohl jetzt auch den Abgang macht nach dem Kollegen Blanco, wohl auch wieder zurück nach Spanien geht. Und dann gab es am Freitag ja schon die Aussagen, die sich verdeutlicht haben und dann ja auch am Wochenende die Bestätigung, dass die Eintracht den Antrag auf eine U23 in der Hessen-Liga gestellt hat. Und was man so gerüchteweise hört, scheint es da ja dann doch diesen schon mal, ich glaube vor zwei, drei Monaten angedeuteten Deal mit Hessen-Dreieich zu geben. Genau, das scheint jetzt wirklich so zu sein, also dass Dreyich dann den entsprechenden Platz frei macht für die Eintracht dann in der Hessen-Liga. Wie wir das dann genau ausgestalten, ob ihr das als die Hessen-Liga als höchstmögliche Liga gut findet, darüber können wir ja dann nächste Woche mal sprechen. Genau, und dann gab es heute ja noch die Meldung, dass Andreas Möller seinen Vertrag aus persönlichen Gründen nicht verlängert und er somit zum 30.06. ausläuft. Ich glaube ja allein auf der zeitlichen Nähe, dass das jetzt nicht nur persönliche Gründe sind, sondern dass das auch was mit der Langfristplanung der Eintracht zu tun hat. Und vielleicht weiß man da in Zukunft mehr. Deswegen hier noch kurz, ja. Das ist ein interessanter Punkt, weil auch nicht nur er wird wahrscheinlich gehen. Man hört auch bezüglich Jürgen Kramny, der U19-Coach ist, dass auch seine Zukunft nicht gewiss ist. Und auch hier sehen wir wieder, okay, da scheint es eine gewaltige Personalgroschade zu geben, dass sich jetzt das NLZ neu aufstellt mit den neuen Aufgaben, was natürlich bedeutet U23, Hessen-Liga. Eigentlich ein paar Nummern zu tief, aber darüber dann wirklich nächste Woche. Genau, von daher die Bitte an euch da draußen, lasst uns doch mal auf den unterschiedlichsten Wegen, Twitter, Facebook, E-Mail, Kommentare, whatever, was euch am nächsten ist, nochmal eure Meinung zu kommen zu den jetzt doch im größeren Stil stattfindenden Veränderungen im Nachwuchsleistungszentrum. Findet ihr das gut, findet ihr das schlecht und vor allen Dingen, was ist so ein bisschen eure Erwartung, was glaubt ihr, was damit jetzt möglich ist und die große Frage, ist das gut für die Eintracht oder nicht. Ganz viele Fragen, wir würden das dann im nächsten Wochenende, in der nächsten Woche, nicht im nächsten Wochenende, hier ein bisschen ausführlicher besprechen, weil uns jetzt einfach heute hinten raus leider so ein bisschen die Zeit fehlt für dieses Thema und wir es in der notwendigen Tiefe dann auch gerne behandeln möchten. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Das ist ein Traum, genauso wie das DAZN-Thema, dann lieber genau tiefer. Genau, so und deswegen machen wir jetzt hier auch einen Cut, weil wir alles, was wir diese Woche besprechen wollten, besprochen haben. Und wir freuen uns auf euer Feedback und wünschen euch eine wunderbare Restwoche und ein sehr wunderschönes Fußballwochenende. Hoffen auf ein wunderschönes Spiel der Eintracht gegen den 1. FC Köln und sprechen uns in der nächsten Woche in gewohnte Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschö. 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 Hey, 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 hey Bis zum nächsten Mal.